Es ist kalt, es schneit, es stürmt, es regnet und es ist richtig unangenehm, dass man gerade auf dem Berg steht und nicht irgendwo zu Hause im Warmen sitzt. Aber so ist es nun mal. Hätte man doch nur eine Jacke, die jetzt wasserdicht ist. Oder wasserfest? Was ist eigentlich der Unterschied? Heute geht's um die Idee hinter Hartshelljacken und die Frage, warum Hartshelljacken eigentlich funktionieren, wie sie funktionieren, warum Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden eine Einheit ist, die ihr kennen müsst und vieles mehr. Los geht's! Wenn ihr euch für den Bergsport ausrüstet, dann ist klar, dass ihr eine sogenannte Regenjacke brauchen werdet, um im Fall eines Regenschauers eben geschützt zu sein. Doch man sollte sich meiner Meinung nach auch mal fragen, warum eigentlich? Es gilt, viele wissenschaftliche Begriffe zu kennen und von Mechanik, Physik und Chemie viel zu verstehen, um mit der Idee hinter wasserfesten Stoffen per se, aber vor allem in Kombination mit Hartshelljacken überhaupt irgendwas anfangen zu können. Man sollte es aber auch nicht komplizierter machen, als es im Alltag vielleicht unbedingt notwendig ist. Deshalb versuche ich jetzt vorsichtig über einen Mittelweg, euch was für eure Regenjacken zu lernen. Zuallererst ein Exkurs in die Entstehung einer Hartshelljacke. Die gibt's in verschiedenen Lagenlösungen. Spricht man von richtigen Regen- oder Hartshelljacken, ist in der Regel von zweilagigen oder dreilagigen Jacken die Rede. Das sind auch die einzigen Jacken, die für uns Bergsteiger ernsthaft in Frage kommen sollten. Eine dieser Lagen muss ein Trägermaterial sein, quasi ein Stoff. Dieser Stoff kann aus theoretisch fast allem bestehen. In der Praxis haben sich zwei Stoffe in der Industrie durchgesetzt, Polyester und Nylon. Zumindest bei Hartshelljacken. Das ist also die erste Lage. Doch erst die zweite Lage der Jacke, die unter dem Trägerstoff sitzt, ist das Arbeitstier bei unseren Jacken. Die Membran. Für den ein oder anderen, der mit dem Wort vielleicht nix anfangen kann, Membranen gibt's in der Natur und auch im Körper viele. Und grundsätzlich können sie ganz simpel gesagt das Gleiche. Gewisse Stoffe, oder besser gesagt Größen, durchlassen oder eben nicht. Und bei unseren Membranen geht's um Wasser. Dampf beispielsweise soll durch die Membran durch. Wassertropfen sollen das aber nicht. Und so funktioniert die Membran als Filter zwischen der eigenen Abwärme und dem dementsprechenden Schweiß und dem Regen- oder Schneefall von außen. Membranen können das unterschiedlich gut. Das kommt nämlich auf ihren Aufbau im Detail an. Für euch ist aber nur wichtig zu wissen, dass nicht nur die Membran, sondern auch das Trägermaterial, also Nylon oder Polyester oder eben Mischgewebe, teilweise auch Stretchgewebe, dafür entscheidend ist. Die Membran allein gibt also noch keine Auskunft über die Qualität der Jacke. Deshalb gibt es Prüfverfahren. Wie die genau funktionieren, ist zwar ganz spannend, aber praktisch wurscht. Das Shell-Material besteht aus einem Obermaterial und der Membran. Bei dreilagigen Jacken besteht es aus Obermaterial, Membran und Innenmaterial. Das Innenmaterial ist meist etwas weicher und es kann ebenfalls wieder aus vielen Stoffen gemacht werden. Ist bei dreilagigen Jacken beispielsweise die Schutzschicht für die Membran gegen die Abnutzung, vor allem bei ständigem Druck, wie durch ein Spiel an Rucksack zum Beispiel. Beim Prüfverfahren wird der komplette Stoff, also nicht nur das Obermaterial zum Beispiel, sondern das fertige Shell-Material diversen Tests unterzogen. Also wirklich vielen Tests. Die Jacke wird dafür komplett zerhäckselt und dann werden einzelne Fetzen für Prüfungen herangezogen. Grüße an den TÜV Süd an dieser Stelle, ihr seid coole Leute. Zwei Tests sind für euch wirklich wichtig. Zumindest sind es die einzigen zwei Tests, deren Ergebnisse von Firmen auch veröffentlicht werden. Zum einen ist da die Wassersäule. Die wird in Millimetern angegeben, kann aber auch in Bar umgerechnet werden. Dabei geht es darum, wie viel Wasserdruck das Shell-Material aushält, bis es quasi aufgibt und die Nässe direkt durch den Stoff durch abgibt. Der zweite Wert ist die Atmungsaktivität. Dieser wird manchmal durch den MVTR-Value angegeben, also die Moisture Vapor Transmission Rate, heißt wie viel Gramm Dampf kann der Stoff in 24 Stunden auf den Quadratmeter abgeben. Dementsprechende Einheit, Gramm pro Quadratmeter pro 24 Stunden. Manchmal wird dieser Wert aber auch durch den RET-Value angegeben, Resistance to Evaporating Heat Transfer. Heißt, wie viel Widerstand ergibt sich beim Gewebe beim Durchdringen des Wasserdampfs. Wenig Widerstand heißt viel atmungsaktiv, also niedrige Zahl, großes Hui, also wissenschaftlich ausgedrückt. Welche Zahlen braucht ihr hier jetzt also, um glücklich zu werden? Naja, bei der Wassersäule ist das nicht ganz einfach. Wasserdicht Klasse 3 entspricht 1800 mm Wassersäule. Erst dann darf ein Stoff überhaupt wasserdicht nach Klasse 3 genannt werden. Aber für unsere Anwendungszwecke ist das trotzdem viel zu wenig. 10.000 mm sind ein guter Richtwert, um eure Jacke dicht zu kriegen. Denn ein schwerer Rucksack, aber auch das eigene Körpergewicht sind Druck. Also im Zweifelsfall auch nasser Druck und damit relevant. Spannend ist für die Wassersäule der Druck pro Quadratzentimeter. Den kennt aber kein Mensch in allen Situationen. Deshalb sind Reserven mit 10.000 oder 15.000 mm Wassersäule die sicherere Variante. 15.000 mm oder auch 10.000 mm schaffen Jacken heute relativ leicht. Aber, nein, großes Aber. Viel Wassersäule heißt in der Regel auch viel Material oder schwereres Material, was das Gewicht und das Packmaß jetzt nicht gerade verbessert. Vor allem, wenn sie dann auch noch dreilagig sein sollen. Aber schauen wir uns noch die Atmungsaktivität an. Werte ab 10.000 g pro Quadratmeter sind gut, wenn es um den MVTR-Value geht. Wenn es um den RET-Value geht, dann sind Werte unter 12 gut. Bei MVTR gilt viel hilft viel, bei RET weniger ist mehr. Eselsbrücke, RED, klingt wie Ratte, muss klein sein. MVTR klingt wie ein gescheiterter Nachfolger eines AT-ATs bei Star Wars, muss also groß sein. Wir haben aber ein Problem. Unsere Hardshelljacken können eines sehr gut und eines so mittel. Entweder sehr gute Wassersäule, mittelgute Atmungsaktivität oder umgekehrt. Ich kann keinen Stoff entwickeln, der extrem druckresistent ist und gleichzeitig extrem leicht Druck nachgibt. Begegnet euch einer Regenjacke mit 25.000 mm Wassersäule und einem RET von 3 ist das Blödsinn. Es kann nur Blödsinn sein. Jetzt ist es aber so, dass dieses Video in 10 Jahren nicht mehr gültig sein wird. Denn heute sind bereits Werte von RET 9 und 25.000 mm Wassersäule möglich, was vor 10 Jahren noch unmöglich war. Worauf ich damit hinaus will, es tut sich relativ viel in der Industrie. Und das jedes Jahr. Sehr günstige Anbieter von Jacken, ich darf jetzt hier keine Namen nennen, lügen einfach. Sie sagen, Jacke hat 20.000 mm und einen RET von 4. Und die Leute geben das Feedback, sie ist überhaupt nicht durchlässig. Sie schwitzen da drin, obwohl es nicht zu heiß ist und so weiter. Weil die Hersteller einfach sagen, was die Kunden wollen. Laut Industrieinterner ist das bei etablierten Firmen, großen Marken, wichtigen Konzernen nicht der Fall. Die halten sich an Prüfungsergebnisse. Vermutlich. Das heißt, ihr müsst euch immer in gewisser Weise entscheiden, ob ihr es lieber sehr atmungsaktiv oder sehr druckresistent im Sinne von Wasserdruck haben wollt. Das eine schließt das andere nicht komplett aus, aber eines der beiden leidet unter der einwandfreien Performance des anderen. Das ist zumindest der Stand heute mit den aktuellen Membranlösungen von Gore-Tex, Dermic-Sax und Co. Und den aktuellen Lösungen für Obermaterial wie Polyamid, Polyester und so weiter. Wie gesagt, hier tut sich aber immer viel. Das war es mit dem ersten Teil zum Thema Hard-Gel-Materialien. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr trockenes Thema. Im zweiten Teil schauen wir uns dann etwas Praktischeres an. Da schauen wir uns dann an, warum Membranen eigentlich so teuer sind und andere Membranen eigentlich relativ günstig. Warum es da unterschiedliche Lösungen gibt, was man mit unterschiedlichem Obermaterial so anstellen kann und vieles mehr. Außerdem dann auch mit konkreten Jackenbeispielen, wie viel die kosten und so weiter. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch.